Wir sind mit dem Bus anderthalb, zwei Stündchen hierhin gefahren, ich bin ausgestiegen, mir hat original direkt einer vor die Füße gekotzt und da dachte ich mir, ach, der Überhinder. Im Kofferraum liegen verschiedene Utensilien für dich bereit. Verkleide dich damit und bleibe für mindestens fünf Minuten unerkannt an der Playa. Der heiratet. Der heiratet? Gianluca! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Herzlich Willkommen im Malle-Taxi. Wir bringen die Stars der Playa von A nach B und am Ende der Fahrt gibt es eine Challenge. Wo soll es denn hingehen? Moin! Einmal B06, bitte! Wann warst du denn das erste Mal an der Playa? Ich war zwar eigentlich jedes Jahr auf Mallorca mit meinen Eltern im Familienurlaub, aber wir waren nie am Baller, Mann. Man muss wissen, ich bin eigentlich ein Metaller, also immer schon Rockmusik gemacht und sowas und haben uns gedacht, ich und mein bester Kumpel war in Calaratiada, also am anderen Inselende und da dachten wir uns, ey komm, mal Baller, Mann, müssen wir uns mal geben. Wir sind mit dem Bus anderthalb, zwei Stündchen hierhin gefahren, ich bin ausgestiegen, mir hat original direkt einer vor die Füße gekotzt und da dachte ich mir, ach, du lieber Himmel, ja, ich kann eigentlich direkt wieder einsteigen. Wieder zurück nach Calaratiada. Aber war trotzdem ein geiler Abend, hat echt Bock gemacht. Aber das war so mein Einstieg hier in das Ballermann-Geschehen, mein allererster Eindruck. Herzlich Willkommen. Lecker. Und dann bist du trotzdem wiedergekommen? Ich war dann lange nicht da, ich war auch lange nicht auf Mallorca eine ganze Zeit lang und dann bin ich, ich glaube es war 2017 bin ich wiedergekommen. Ich hatte 2016 den Bierkapitän geschrieben, aus einer Laune heraus und ja, mussten wir irgendwann ein Video drehen. Dann habe ich eine Finca gemietet, irgendwie ein paar Arbeitskollegen, ein paar Freunde zusammen geplant und sind wieder zu zwölf nach Mallorca geflogen, haben da auf einer Finca das Musikvideo zum Bierkapitän gedreht und waren da natürlich auch ein paar Tage hier unterwegs, hier an der Playa und das war ganz schön wild. Und dann hattest du gleich einen Hit? Der Bierkapitän, also wir haben den ich glaube zwei Jahre vorbereitet, den wollte auch zuerst kein Label haben, dann habe ich den erstmal liegen gelassen in der Schublade, anderen Song zuerst rausgebracht und dann Ende des Jahres 2018 den Bierkapitän rausgebracht und 2019, ja, ist der auf einmal in der Vorsaison, fing der an durch die Decke zu gehen und dann wurde ich zum Megapark-Opening eingeladen und dann, ja, seitdem, ich glaube seit 2019 bin ich regelmäßig im Megapark auf der Bühne. Unsere Taxifahrt ist natürlich nicht umsonst, deshalb bekommst du von uns jetzt eine Challenge. So, im Kofferraum liegen verschiedene Utensilien für dich bereit, verkleide dich damit und bleibe für mindestens fünf Minuten unerkannt an der Playa. Wenn dich jemand erkennt, verlierst du die Challenge. Alles klar, let's go. Challenge accepted. So, dann gucken wir mal, oder? Oh, was haben wir denn da? Gut. So, kann man machen? Kann man machen? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. So, auf geht's. Ich glaube, ich bin gut verkleidet. Ich wette, ich wette, dass der Erste, der ankommt, wird sagen, bist du Micky Krause oder Nino D'Angelo. Jetzt wird's spannend. Guten Appetit. Guten Appetit. Lasst euch schmecken. Oh, parle vu Italiano. Guck mal. Parle vu Italiano. Oh, da zieh' du mir den Hut aus. Moin. Wer bin ich? Wer bin ich? Das einmal darfst du raten. Wer bin ich? Du bist der Marc Forster. Wer bin ich? Giselle Bündchen. Giselle Bündchen. Leider falsch. Tu mir leid. Es gibt keine Punkte. Wir gehen weiter. Jan-Luka, der heiratet. Der heiratet? Jan-Luka! Es tut mir leid. Es tut mir leid für dich. Es tut mir leid. Jan-Luka, du hast auch eine Chance. Komm mal her. Komm. Sag nein. Ich sag einfach nein. Jan-Luka, eine Frage. Wer könnte ich sein? Du bist der Bierkapitän. Fuck. Fuck. Das kann doch nicht sein. Wer möchtest du denn sein? Ey, ich habe jetzt die Competition verloren hiermit. Ich gratuliere dir, Jan-Luka. Und sage, herzliches Beileid. Du heiratest, ne? Ja. Herzliches Beileid. Es tut mir leid. Ich hoffe, du hast dich gut abgesichert. Alles Gute. Danke. Du musst jetzt die Fahrt bezahlen. Na, soll ich scheiße aber auch. Oh, ziehst du mir den Hut aus. So, euch alles Gute. Viel Spaß. Habt ihr schon in der Zeit. So, das war meine Fahrt im Malle-Taxi. Ich habe die Challenge leider nicht gewonnen. Tut mir wahnsinnig leid. Aber dafür habe ich für euch ein Skandal-T-Shirt und eine Skandal-Zeitung zu verlosen. Leider geil. Jetzt ziehe ich diesen Bart auch mal endlich wieder aus hier. Giselle. Abfahrt. Auf den Tag und holen was von mir. Hab ich keine Hoffnung drauf. Ich bin nur zum Feiern hier. Ich hör nix, seh nix, sag nix. Auf und nur. Hör nix, seh nix, sag nix. Auf und nur. Hör nix, seh nix, sag nix.